Im Januar 2018 wurden zwei neue Trawler für die Hochseefischerei getauft. Die neuen Schiffe, NC100 Cuxhaven und NC105 Berlin, gehören zur Deutschen Fischfangunion, kurz DFFU. Die Schiffe wurden in Norwegen gebaut, nachdem in Polen die Sektionen vorgefertigt und der Rumpf montiert worden war. Die Cuxhaven sowie die Berlin sind die ersten Schiffsneubauten der deutschen Hochseefischerei seit Jahrzehnten. Mit den neuen Heckfängern verringert sich der CO2-Fußabdruck von DFFU deutlich und die Flotte wird fit für die neuen EU-Fischereiregeln. Im August 2019 wurde die Cuxhaven fertiggestellt und war daraufhin umgehend zur technischen Erprobung in norwegische Gewässer ausgelaufen. Im Dezember 2017 folgte die Berlin, die ihre ersten Erprobungen in der Barensee absolviert hat. Die beiden neuen Fischfänger sind inzwischen regelmäßig in ihrem Heimathafen Cuxhaven. Die neuen Trawler ersetzen zwei ältere Schiffe, die Kiel und die Baldwin, die mittlerweile an neue Eigner in Portugal und Polen verkauft wurden. Mit der Cuxhaven sowie der Berlin gehört die deutsche Hochseefischerei zu den modernsten in Europa. Mit ihren Abmessungen von 81 Meter Länge, 16 Meter Breite und einem Konstruktionstiefgang von 6,50 Meter wurden die Trawler als Fang- und Kühlschiffe konzipiert. Die Fahrzeuge sind für extreme Eisbedingungen von Eisscheuen bis zu einem Meter Dicke ausgelegt. Herz der Antriebsanlage ist jeweils ein Drehmoment starker, mittelschnell laufender Sechszylinder Rolls-Royce Bergendiesel-Reihenmotor mit einer Leistung von 3600 Kilowatt. Beide Schiffe sind mit einer vollautomatischen Fischfabrik aus norwegischer Produktion für die tägliche Filet-Produktion von bis zu 30 Tonnen einschließlich Packraum und Frostung ausgerüstet. Die Berlin verfügt zusätzlich nur über eine bordeigene Fischmehl-Produktionsanlage. Mit ihren modernen Techniken sind die Schiffe wesentlich effizienter und umweltfreundlicher als ältere Schiffe. Und auch in Bezug auf die Ausrüstung, Verarbeitung und Sozialstandards für die Crews, die bis zu 35 Personen groß sein kann, sind die Schiffe erstklassig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017